Willkommen bei Du bist Autor. Es empfiehlt sich die Staffel von vorne zu beginnen. Klickt dazu hier, um zur kompletten Playlist zu gelangen. Viel Spaß! Das ist zwar nett, aber wir haben uns doch gar nicht vorgestellt. Michel, Stefan. Ich bin Archibald Hiperion Schulz. Du kannst sprechen. Als wissenschaftlicher Assistent in einem Versuchslabor für Materieteleportation ist das eine Grundvoraussetzung. Habt ihr vielleicht eine Scheibe Knusperbrot gesehen? Aber ein sprechender Hund? Hund? Wieso Hund? Den Nächsten, der ein Stückchen wirft, beiße ich. Was ist mit einem Ball? Ganz dünnes Eis. Ihr habt also eine Scheibe Knusperbrot? Teleportiert, ja. Und nachdem das geklappt hat, wurde ein Freiwilliger hinterhergeschickt? Kürzestes Streichholz, ja. Und dabei ist was schief gegangen? Jetzt, wo ihr es erwähnt, ja. Wir können uns vielleicht gegenseitig helfen. Ich habe da so meine Zweifel. Zwei. Moment. Vielleicht ist es ja ein Countdown zu etwas Gutem. Aber was? Nun seid ihr gefragt. Wie soll es weitergehen? Wenn ihr hier die nächste Folge sehen könnt, wurde die Entscheidung bereits gefällt. Wenn nicht, schreibt uns eine mögliche Fortsetzung in die Kommentare. Die Idee, die die meisten Likes bekommt, wird verfilmt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüs! Bis zum nächsten Mal. Tschüs! Tschüs! Vielen Dank.